Im Genscherhaus in Berlin begrüße ich ganz herzlich Christian Lindner, den FDP-Parteichef. Guten Tag dorthin. Guten Tag, Nachbarn. Ich sehe ein wenig verhaltene Freude in Ihrem Gesicht. Endlich gibt es eine Regierung. Ich glaube, jeder Bürger freut sich, dass das Land jetzt wieder regiert wird, dass es wieder geordnete Verfahren innerhalb der Regierung und nicht nur eine geschäftsführende Regierung gibt. Als Liberaler bin ich allerdings skeptisch hinsichtlich der Richtung, die jetzt eingeschlagen wird. Wie schon bei Jamaika war die CDU auch bei der Großen Koalition zu vielen Opfern in der Sache bereit, vielen inhaltlichen Opfern. Und das führt unser Land leider weg von einem Erneuerungskurs und hin zu einem Weiter-so. Und gegenwärtig ist nichts gefährlicher als Weiter-so, weil die Welt sich dramatisch ändert. Wir sehen es durch die Steuerpolitik von Trump und von Macron. Wir sehen es durch die Diskussion über den Freihandel und die drohenden Strafzölle. Also alles verändert sich. Wenn Deutschland sich nicht entschlossener, dynamischer, mit höherem Tempo verändert, dann werden wir schwächer. Also bildet denn dieser Koalitionsvertrag, wie wir ihn kennen, nicht das ab, was Deutschland braucht, was die Gesellschaft an Themen hat? Nein, das bildet dieser Koalitionsvertrag nicht ab und erst recht nicht eine zukünftige Regierung. Symbolhaft wird das ja deutlich daran, dass in Frankreich ein Digitalministerium, ein Digitalisierungsministerium eingerichtet wird, um diesen grundlegenden Wandel zu gestalten. Und in Deutschland gibt es ein Heimatministerium. Heimat ist aber etwas, was die Menschen schaffen, wenn sie von der Politik gute Rahmenbedingungen vorfinden, wie zum Beispiel Glasfaserversorgung auch im ländlichen Raum, eine geordnete Einwanderungspolitik, intakte Infrastrukturen, landärztliche Versorgung auch außerhalb der großen Städte. Also dann schafft man Heimat. Die wesentlichen Fragen werden nicht beantwortet. Die Lebenslüge beim Bildungsföderalismus der 16 Länder, die Lebenslüge bei der Einwanderung, die Frage endlich der Entlastung der breiten Mitte unseres Landes. All das ist gegenwärtig in der jetzigen politischen Konstellation mit CDU, CSU, SPD und Grünen nicht zu leisten. Und deshalb sind wir jetzt in den nächsten Jahren aufgerufen zu Opposition, einer konstruktiven Opposition, die für ihre Inhalte und für einen politischen Prioritätenwechsel im Land wirbt. Sie nennen das smarte Opposition, habe ich gelesen. Was heißt denn smart? Wäre kämpferisch nicht vielleicht der bessere Begriff? Es geht nicht um politische Feindschaften. Nein, smart ist der richtige Begriff, denn uns geht es darum, dass wir für auch gemeinsam als richtig erkannte Ziele über die Parteigrenzen hinweg als richtig erkannte Ziele intelligentere, innovativere, also smartere Lösungen finden. Ich nenne ein Beispiel, die Energiewende und den Klimaschutz. Da gibt es jetzt in der Großen Koalition einen größeren Realismus, als das bei den Jamaika-Gesprächen der Fall war. Da war die Union bereit, den Grünen sehr weit entgegenzukommen, über die Grenze des physikalisch Möglichen bereit entgegenzukommen. So, aber jetzt steht das Land trotz dieses neuen Realismus bei den Zielen still. Wir sprechen immer noch über Fahrverbote, über Subventionen, Quoten und Verbote. Klüger, smarter wäre es, es gäbe einen funktionierenden Mechanismus, um CO2-Emissionen einen Preis zu geben. Und zwar in allen Sektoren, also Wärme, Verkehr, Energie. Und dann würde sich im marktwirtschaftlichen Ideenwettbewerb der beste Weg, der günstigste Weg herauskristallisieren, um CO2 einzusparen und nicht der Weg, der gerade Politikern einfällt. Also diese Dinge konkret bis runter auf die Ebene eines Gesetzentwurfs ins Parlament einzubringen, das ist nicht schrill, sondern das ist smart und seriös. Und diesen Anspruch stellen wir an uns selbst. Hätten Sie ja theoretisch auch bei einer Jamaika-Regierung eventuell haben können. Also ich will jetzt ein bisschen darauf... Eben nicht. Eben nicht. Eben nicht. Dann mit der SPD besser. Dann hätten wir es ja gemacht. Dann wäre ich... Ja, das ist das Paradoxe. Jetzt anschnallen bitte. Aber der Koalitionsvertrag der Großen Koalition ist nur in ganz wenigen Punkten fundamental anders als der von Jamaika. Und jetzt kommt's. Es gibt sogar Bereiche wie Bildungsföderalismus und Energiepolitik. Da ist die Große Koalition einen Millimeter näher am FDP-Programm, als es Jamaika gewesen wäre. Das heißt? Was heißt das jetzt für Sie? Naja, diesen Klimarealismus, von dem ich gesprochen habe, den gibt es jetzt mit der Großen Koalition, weil CDU und SPD und FDP in dieser Frage doch realistischer sind als die Grünen. Die CDU war aber bereit, den Grünen sehr viel zu geben. So, und nach vorne gerichtet ist ja entscheidend. Sie kamen ja nochmal zu sprechen auf. Man hätte das angeblich bei Jamaika haben können, was nicht stimmt. Nach vorne gerichtet geht es darum, solche innovativen Lösungen, für die es gegenwärtig keine Konstellationen gibt, ins Parlament einzubringen, um über die Debatte, über die öffentliche Diskussion, auch Bewegung in die Positionierung aller Parteien zu bringen. Ja, und die Positionierung, darum geht es, was ich jetzt eigentlich noch fragen wollte, dieses Signal gegen Rechts, gegen Populismus. Ihre Nachbarn im Parlament, da haben Sie ja so einigen Schaff mit denen. Ist das, was diese Regierung da jetzt versucht, was sie sich selbst vornimmt, was sie als Opposition auch mittragen, genügend Signal gegen Populismus, gegen rechten Populismus, auch Signal dafür, Wähler wieder zurückzuholen? Das hängt von den Inhalten ab. Also eine Klimapolitik, die nicht Arbeitsplätze kostet, das ist schon mal ein Element. Das wäre sonst ein Mobilisierungsthema für die AfD während vier Jahren Jamaika gewesen. Das kommt nicht. Das Zweite ist, wir brauchen eine andere Einwanderungspolitik. Da kann darüber überhaupt gar kein Zweifel dran bestehen, dass wir klar rechtlich trennen müssen zwischen qualifizierter Einwanderung und humanitärem Schutz, dass wir unsere Außengrenze der Europäischen Union kontrollieren müssen, dass die Menschen also das klare Signal bekommen, die Politik des Jahres 2015, die wird jetzt an das Notwendige angepasst. Und drittens, ich glaube, dass es in der breiten Mittelschicht Menschen gibt, die erwarten, dass sie endlich auch ein Stück Entlastung bekommen. Das kann nicht so weitergehen, dass überwiegend über die Ränder der Gesellschaft gesprochen wird, also über Superreiche einerseits und andererseits über Bedürftige, also Flüchtlinge. Und dann stellen sich die Menschen in der Mitte, die nicht bedürftig sind, sondern vielleicht sogar erhebliches Abgeben von ihrer Leistung. Und die Frage, wann es eigentlich um sie geht, die stellen das im Fernsehen nicht fest. Gestern war es so bemerkenswert im Presseclub der Öffentlich-Rechtlichen, wurde gesprochen tatsächlich über Bedürftigkeit und das will ich gar nicht in Abrede stellen, dass wir da bei der Pflege und an anderen Stellen viel zu tun haben. Aber dann rief ein Zuschauer an und sagte, naja, also er sei eigentlich kein schlechter Verdiener mit seiner Frau, aber man habe hohe Abzüge, niemand spreche über sie, was denn die Journalisten dazu sagten. Und da war Schweigen im Walde und ich finde, Politiker, Journalisten, wir alle im politischen Berlin müssen erkennen, es geht nicht nur um die Themen, die uns hier wichtig sind, sondern auch wieder um diejenigen der Mitte im Land. Ja, und zumindest muss man festhalten, die Union muss jetzt momentan nach dem Mitgliederentscheid nicht mehr Rücksicht auf die SPD-Mitglieder nehmen, sondern kann eventuell doch ein bisschen vorangehen. Aber eine Frage noch zum Schluss. Als wir zwei uns das letzte Mal unterhalten haben, das war noch vor der Nordrhein-Westfalen-Wahl, da waren Sie wahnsinnig zuversichtlich für die Zukunft und gestalten und regieren. Wie geht das jetzt weiter bei Ihnen? Ja, genau so. Wir sind wahnsinnig enthusiastisch und wollen gerne regieren. Sie sagten, es war vor der NRW-Landtagswahl. Nein, wir regieren jetzt ja schon. In Nordrhein-Westfalen sind wir Teil der Regierung. Sie haben ja auf ein Gespräch Bezug genommen, das wir vor dem NRW-Wahltermin geführt haben. Da gibt es eine schwarz-gelbe Regierung, die das erfolgreich macht. Ich war selber Spitzenkandidat und hatte die Ehre und das Vergnügen, diese Regierung ja selber als Verhandlungsführer mitgestalten zu dürfen. In Schleswig-Holstein und in Rheinland-Pfalz gilt dasselbe. Und in diesem Jahr treten wir an, in Hessen und in Bayern mit der Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, wenn es einen politischen Richtungswechsel gibt. Wir würden gerne als Ideengeber in Regierungen eintreten, als schlichter Mehrheitsbeschaffer nicht. Dann reden wir wahrscheinlich demnächst mal wieder über die nächste Bundestagswahl. Ich danke herzlich nach Berlin, Christian Lindner, dem Parteichef der FDP. Alles Gute, einen schönen Tag. Danke gleichfalls. Ciao.